Easymax Laserstrahler mit Fernbedienung. Sensationelle Lichteffekte und ein faszinierendes Farbenspiel aus mehr als 1000 Lichtpunkten. Auf einer Fläche von bis zu 230 Quadratmetern schaffen Sie unvergleichliche Lichteffekte komplett per Fernbedienung steuerbar. Wählen Sie aus den Einzelmodi der Farben Grün, Rot oder einer Kombination der Farben. Drei verschiedene Programme stehen dabei zur Auswahl. Mit der praktischen Timer-Funktion entscheiden Sie, wie lange Sie sich an dem Anblick der Lichter-Show erfreuen wollen. Mit nur einem Knopfdruck schaffen Sie sensationelle Lichteffekte für jede Gelegenheit. Eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Anlass. Kein mühsames Entwirren mehr von Lichterketten. Ohne Aufwand und ganz einfach verwandeln Sie mühelos mit nur einem Gerät und einer Steckdose in nur einer Sekunde auf Knopfdruck Ihr Zuhause in ein funkelndes Lichtermeer. Der Easymax Laserstrahler mit Fernbedienung. Für sensationelle Lichteffekte. Anderleufer-Üstung. Vielen Dank.